Gute Nachrichten für Panda-Fans. Man ist, wenn es um diesen flauschigen Trottel geht, doch eher negative Schlagzeilen gewohnt. Doch das ist jetzt anders. Denn man kann offiziell sagen, in China ist die Anzahl der in freier Wildbahn lebenden Panda-Bären gestiegen. Mittlerweile gäbe es geschätzt fast 1900 Exemplare. In den 1980er Jahren seien es gerade mal rund 1100 gewesen. Dadurch fällt der große Panda in der Kategorie der gefährdeten Arten auf die niedrigste von drei Stufen. Die schwarz-weißen Bären sind nun demnach einem hohen, statt wie zuvor einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, in freier Wildbahn auszusterben. Kann man nur hoffen, dass die Tendenz so bleibt und die Anzahl der süßen Riesen weiter ansteigt.